Aus einem Traum ist schon aufgewacht, von Meisterschaft und Projektschaft. Für einmal in der alten Schwester stehen, die Pfade weh und die Siege sehen. Musik Ja, heute, schwieriger Gegner, aber ich sage 3-1. Anton Heitz, Doppelpack, drittes vielleicht, ja, das ist ein Witz, vielleicht kommt er gut wieder nach Hause, ich weiß es nicht, aber ich sage 3-1. Der ist ja nicht mehr jetzig. Ist er nicht mehr jetzig? Habe ich nicht gesehen, ja egal. Anton Heitz, Doppelpack, wir gewinnen 3-1. Ist das 4-2? 4-2? Auf jeden Fall, ich hoffe auf ein gutes Spiel. Ja, hoff schon. Ja, schön. Danke schön. Schönen Tag, noch viel Spaß. Was gibt denn heute? Richtig heute, 2-1 für die Alemannia, Doppelpack, Utaro. Doppelpack, du, Utaro. Jo, erstmal da, der MAP zu gewinnen, heute machen wir ja. Ich glaube, ein Ziegler Siegen, 2-1 für A. 2-1? Ich gehe mit dem 3-1, brauche Utaro und Boden, Doppelpack, wenn er reinkommt. Boah, Alter, was sagst du? Ich sage 4-2. 4-2, das sagst du, oder? Ja, aber wir kriegen die Tore. Sonntagabend. Ja, das ist gut. Das wird heute. Alles klar. Dankeschön. Danke. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Drei, 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 drei! Die 54. Spielekunde Toraktivität für die Ölander Hintor noch, präsentiert den Hintorschütze mit der Nummer 5, Sascha. Du Jigst! Damit haben wir aus Spielenstein, die Almanier, EIN! Viktoria, DUR! Anke, Anke! Anke, Anke! Anke! Anke, 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 Anke. Applaus 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 Kiel! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020